Die französische Nationalhymne schallt durch die Straßen Freiburgs. Das Hochhaus am Farnbergplatz ist mit blau-weiß-roten Tricoloren beflaggt. Gegenüber dem Friedrichsbau-Kino ist auf einem Schild »Economat« zu lesen. Ein großes Kaufhaus, in dem es fast alles zu kaufen gibt. Französinnen in bunten Kleidern gehen hier ein und aus und machen ihre Besorgungen. Abends hört man aus den Kneipen französische Gesprächsfetzen. Hier sitzen Soldaten bei einem Glas Bier. Etwas außerhalb, in Merzhausen, ist vor einem Kasernenblock ebenfalls die französische Flagge gehisst. Im Quartier Vauban leben etwa 2500 französische Soldaten. Sie trainieren auf den Sportplätzen auf dem Gelände und in der Umgebung der Kaserne. Am Wochenende stehen oft junge Männer mit Kurzhaarschnitt an der Merzhauser Straße. Die Tramper versuchen unter den vorbeifahrenden Autos, eine Mitfahrgelegenheit in die Stadt zu finden. Vor dem Lycée-Tyrène in der Schützenstraße steigen Schulkinder in adretter Einheitskleidung aus den Autos ihrer Eltern. Sie tragen dunkelblaue Mäntel und weiße Söckchen. Die Autos sind alle mit hellblauen Nummernschildern gekennzeichnet. Eines dieser Autokennzeichen befindet sich heute in der Sammlung des Museums für Stadtgeschichte in Freiburg. Die Form des Autokennzeichens erinnert an unsere heutigen Autokennzeichen. Es ist rechteckig und aus Blech. Was es jedoch von unserem deutschen Autokennzeichen unterscheidet, ist seine Farbe. Es ist hellblau. Auf dem hellblauen Untergrund sind silberne Ziffern zu sehen. Dieses Kennzeichen gehörte einem Zivilangestellten der französischen Armee, der in Freiburg stationiert war. Der Aufbau der Nummern orientiert sich am französischen System. Die ersten beiden Nummern zeigen an, für welches Gebiet das Auto zugelassen ist. In diesem Fall steht die 82 für Freiburg. Die Nummernschilder wurden von der Behörde der Besatzungstruppen vergeben. Diese war auch für die Sicherheit der von ihnen zugelassenen Fahrzeuge zuständig. Über 40 Jahre gehörten die hellblauen Kennzeichen zum Freiburger Stadtbild. Die französischen Soldaten und Angestellten des Militärs kamen nicht alleine nach Freiburg. Sie brachten auch ihre Frauen und Kinder mit. Bis zu 5.500 Französinnen und Franzosen lebten in Freiburg. Dementsprechend fuhren bis 1992 fast 1.500 Zivilfahrzeuge mit diesen blauen Nummernschildern durch Freiburg. Die Geschichte der 40-jährigen französischen Präsenz in Freiburg beginnt mit dem Zweiten Weltkrieg. In der Konferenz von Yalta wurde Frankreich in die Reihe der Besatzungsmächte aufgenommen. Die Franzosen übernahmen Teile Badens und Württembergs als Besatzungsgebiet von den Amerikanern. Am 21. April 1945 waren französische Truppen in Freiburg einmarschiert. Werner Kohler erlebte den Einmarsch der Franzosen in Freiburg als Jugendlicher. Der Ruf, die Franzosen kommen, ging von Mund zu Mund. Und dann waren sie da. Nicht als Befreier, eher als Sieger und entsprechend verhielt sich Militär und Verwaltung gegenüber der gebeutelten Bevölkerung. Die Tricolore wehte von nun an von fast allen öffentlichen Gebäuden. Der Krieg war vorbei. Aber die Wunden noch lange nicht verheilt. Von Seiten der Franzosen war die Angst groß, nicht als Sieger und Besatzer ernst genommen zu werden, sowohl von den Deutschen als auch von den anderen Besatzungsmächten. Die Franzosen und Deutschen haben eine lange und schwierige Geschichte. Der jeweilige Nachbar wurde als Erbfeind angesehen. Noch einige Monate zuvor, während des Zweiten Weltkriegs, hatten die Franzosen unter der Besatzung der Deutschen gelitten. Die Deutschen hatten das besetzte Frankreich wirtschaftlich ausgenutzt und viele Güter und Ressourcen aus Frankreich abtransportiert. Aufgrund ihrer schwierigen Geschichte ist es nicht verwunderlich, dass die Franzosen den Deutschen nicht trauten. Sie glaubten daher, besonders hart durchgreifen zu müssen. Werner Kohler erinnert sich noch daran, wie die Freiburger sich mit der neuen Besatzungsmacht abfinden mussten. Sie genossen alle Privilegien, hatten Vorrang in den Straßenbahnwagen. Ebenso hatten sie Vorrang auf den Gehwegen. Einem Franzosen musste gewichen werden. Wir Buben blockierten oft die Straßenbahneingänge, indem wir uns in Trauben auf die Trittbretter hingen. Das war in jener Zeit natürlich üblich und zeigten damit den Franzosen an, dass für sie kein Platz mehr war. Die Freiburger ihrerseits machten die Besatzer für die Probleme und Schwierigkeiten der Nachkriegszeit verantwortlich. Wohnungsmangel, Lebensmittelengpässe und andere Probleme, mit denen ganz Europa nach dem Krieg zu kämpfen hatte, wurden den Besatzern zugeschrieben. Im Laufe der Zeit normalisierte sich das Verhältnis jedoch und es entwickelten sich gute nachbarschaftliche Beziehungen und teilweise sogar Freundschaften. In anderen Doppelhaushalten entwickelten sich auch richtige Freundschaften. Man respektierte sich gegenseitig und half aus. Das kleine Mädchen von nebenan durfte sogar bei Madame schlafen, weil die Mutter erkrankt war. Dennoch lebten die Besatzer und die Freiburger in vielen Bereichen eher nebeneinander als miteinander. Die Franzosen konnten ihren Alltag in Freiburg erfolgreich bestreiten, ohne die deutsche Sprache zu lernen. Sie hatten etwa eigene Einkaufsläden für die Angehörigen des französischen Militärs, wie zum Beispiel den Économat in der Kaiser-Joseph-Straße. In diesen Läden konnte nur mit der Carte FFA eingekauft werden. FFA war die Abkürzung für Fonds Francais en Allemagne. In diesen konnten die Franzosen exklusiv und sehr günstig einkaufen, da keine Mehrwertsteuer zu zahlen war. Auch eigene Kantinen, Kinos und Restaurants standen den Angehörigen der FFA zur Verfügung. Für die Kinder der in Freiburg stationierten Soldaten gab es französische Kindergärten und Grundschulen. Das französische Lycée-Turenne in der Schützenallee unterstand dem französischen Bildungsministerium und unterrichtete nach dem französischen Lehrplan. Auf nationaler wie auch auf regionaler Ebene verbesserte sich das Verhältnis zwischen Deutschland und den Siegermächten. Mit der schrittweisen Übergabe der Verwaltung an deutsche Beamte und der Gründung der Bundesrepublik demonstrierten die Besatzer ihr Vertrauen in die deutsche Bevölkerung. Einige Jahre später wurden die Pariser Verträge verabschiedet. Mit ihrem Inkrafttreten war die Besatzungszeit in Deutschland zu Ende. Danach waren die französischen Truppen in Freiburg offiziell keine Besatzungstruppen mehr. 1955 wurden die Truppen jedoch nicht abgezogen, sondern blieben weiterhin in Freiburg stationiert. Die ehemaligen Siegermächte behielten sich trotz des Zugeständnisses der vollen Souveränität einige Sonderrechte vor, wie zum Beispiel die Stationierung von Truppen. In einem Zusatzvertrag zum NATO-Truppenstatut sind diese Sonderrechte geregelt. Die politischen Annäherungen zwischen den Siegermächten und der jungen Bundesrepublik wurden begleitet von einer neuen, emotionalen Beziehung zwischen den ehemaligen Besatzern und der deutschen Bevölkerung. Wenn Sie alle so um mich herum versammelt sehen, wenn ich Ihre Kundgebungen höre, empfinde ich noch stärker als zuvor die Würdigung und das Vertrauen, dass ich für Ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege. Es lebe Bonn, es lebe Deutschland, es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Die Ansprache, die der französische Präsident de Gaulle 1962 in Bonn hielt, zeigt dieses neue Verhältnis zwischen den ehemaligen Erbfeinden eindrucksvoll. 1966 wäre die Franzosenzeit in Freiburg beinahe zu Ende gewesen. Frankreich hatte sich aus der NATO zurückgezogen, weil es sich von den Bündnispartnern, besonders den Vereinigten Staaten, nicht ernst genommen fühlte. Daraufhin entstand eine Diskussion in Deutschland und Frankreich, mit welcher Berechtigung die französischen Truppen in Deutschland stationiert seien. Der deutsche Außenminister Schröder bezog deutlich Position. Wenn Frankreich sich aus der NATO löst, kann es auch die weitgehenden Rechte, die dieses System verleiht, künftig nicht mehr in Anspruch nehmen. Wir haben nicht die Absicht, nicht integrierten Truppen in Deutschland die gleichen Rechte einzuräumen wie integrierten Truppen. Daraufhin verkündete de Gaulle, er wolle die französischen Truppen aus Deutschland abziehen und sich nicht auf Verhandlungen über neue Verträge einlassen. Interessanterweise war ein Abzug der Truppen jedoch von der Bundesrepublik zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr gewünscht. Es ist der deutsche Wunsch, dass die französischen Truppen bleiben. Dem hat sich das Juristische anzupassen. Bundeskanzler Erhard versprach de Gaulle bei seinem Besuch in Bonn, dass die Bundesrepublik entsprechende gesetzliche Grundlagen schaffen werde. Franz Josef Strauß unterstützte das Vorgehen des Kanzlers. Er rechtfertigte die Wichtigkeit des Verbleibs der französischen Truppen. Es gäbe für Moskaus Politik kaum einen größeren Triumph als den Abzug der französischen Truppen, womit die Einheitlichkeit der Verantwortung der drei westlichen Siegermächte für Deutschland und für Berlin zerrissen wäre. An diesem Beispiel wird deutlich, wie sich die Beziehung zwischen den Westdeutschen und den ehemaligen Besatzern geändert hat. Die ausländischen Truppen in der Bundesrepublik waren politisch gewünscht, um in Zeiten des Kalten Krieges Geschlossenheit und Verteidigungsbereitschaft gegenüber dem Ostblock zu demonstrieren. Von Seiten der Franzosen galt Freiburg als ein sehr beliebter Stützpunkt. Der Verbindungsoffizier Jean Ulm sagte in einem Interview 1992, Freiburg war die beliebteste Garnitionsstadt überhaupt, sowohl innerhalb als auch außerhalb Frankreichs. Doch schließlich entschieden nicht persönliche Vorzüge über die Zukunft der französischen Truppen in Freiburg, sondern politische und wirtschaftliche Veränderungen. Nach der Wende 1989 wurde in den 2 plus 4 Verträgen die Wiedervereinigung Deutschlands beschlossen. Dem vereinten Deutschland wurde die volle Souveränität über innere und äußere Angelegenheiten übertragen. Zudem war die Bedrohung durch den Kalten Krieg nach 1989 nicht mehr gegeben. Der französische Präsident Mitterrand folgerte daraus. Die Logik will, dass die französische Armee heimkehrt, sobald die Rolle der vier Siegermächte ausgespielt ist. So wurde 1990 der Abzug der französischen Truppen aus Freiburg beschlossen. Der Abzug der Soldaten und ihrer Familienangehörigen dauerte eine Weile. Doch am 25. August 1992 war es soweit. In einer kurzen Zeremonie übergaben die französischen Streitkräfte den Schlüssel für die Vaubourg-Kaserne symbolisch an den Oberbürgermeister Freiburg. Dieses Ereignis beschreibt offiziell das Ende der Franzosenzeit in Freiburg. Doch was bedeutete diese Zeit für Freiburg und die deutsch-französischen Beziehungen? Der französische General Bordeaux, der in Freiburg stationiert war, sagte dazu. Ich bin beeindruckt von der Tatsache, dass seit 1945 mehr als 100.000 junge Franzosen nach Deutschland gekommen sind, um dort ihren Wehrdienst zu leisten. Sie sind nach Hause zurückgekehrt und sagten, ich kenne Deutschland. Für mich ist es kein fernes, unbekanntes Land. Und wenn wir es schaffen, Europa zu erschaffen, wenn Frankreich und Deutschland Freunde geworden sind, frage ich mich, ob diese 100.000 jungen französischen Soldaten nicht beigetragen haben zu dieser Ernährung zwischen Frankreich und Deutschland. Der Einschätzung Bordeaux zufolge führte die ehemalige Besatzung schließlich zu einer Verständigung. Vielleicht trug sie sogar zur Verbesserung der deutsch-französischen Beziehungen bei. Dass auf militärischer Ebene Versöhnung stattfinden kann, zeigt die gemeinsame deutsch-französische Brigade. Hier wird umgesetzt, was vor 50 Jahren noch unvorstellbar gewesen wäre. Deutsche und französische Truppen arbeiten hier seit 1989 zusammen. Ihr Auftrag ist sowohl die Verbesserung der militärischen Effizienz, aber ebenso wichtig auch der Auftrag, einen Beitrag zur Freundschaft und gegenseitigem Vertrauen zu leisten. Und wie sieht es heute in Freiburg aus? Französische Soldaten trifft man hier nicht mehr. Und die hellblauen Autokennzeichen finden sich nur noch im Museum. Doch an einem Samstagnachmittag ist in der Kaiser-Josef-Straße immer noch viel Französisch zu hören. Französische Touristen nutzen gerne die vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten in Freiburg. Und auch für die Freiburger ist ein Ausflug ins französische Elsass zur Selbstverständlichkeit geworden. Sie hörten eine Produktion der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Gesprochen von Amrei Köhnlein. Geschrieben und produziert 2013 im Rahmen des Projektseminars Die Geschichte Freiburgs in 20 Objekten. Unter der Leitung von Prof. Dr. Bernd Krewe und Diplompädagoge Matthias Baumann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017